Ich bin Jende und heute ein Vlog von mir, ich bin krank, Viktor ist krank, heute ist Montag, es ist irgendwie 10 Uhr irgendwas, ich bin schon lange aufgestanden, aber wie gesagt, es ist schon lange nichts mehr auf den Hauptkanal gekommen, also es kommen noch Videos, das ist alleine nur ein Vlog von mir jetzt, also Jende Vlog 2 oder so ist das, also ein Vlog, wenn er krank ist, weil ich leider bin und ja, Viktor ist ja auch leider krank. Ja, ähm, schickt mir mal den Gaming-Kanal ab, wir waren hier auf dem Hauptkanal jetzt nicht aktiv, aber dafür hier auf dem Gaming-Kanal waren jetzt aktiv, ja, aber wenn euch Games interessiert, äh, schaut drüber, ich würde mich sehr freuen. Und, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt mache, ich werde noch ein weiteres Video für unseren Hauptkanal produzieren, also das ist ein Video, weil es kommt noch ein Video für unseren Hauptkanal, also zwei Videos, die, die, die wir alleine machen, also eh nur ich mache, das möchte leider nicht dabei, wie den krank, Leute, müssen natürlich für Videos drehen, ich weiß, wenn wir, wenn wir alleine sind, Video, kacke, aber, ja, Hauptsache Video, dann würde ich sagen, ja, ich melde, ich melde nicht, wenn ich irgendwas mache, oder so. Tsch Yo Not Und guck mal, retten sich das, Bryce Ich habe das nur vergessen und so, ne, vor allem, ich schmecke gar nix und es g please interessiert auch gar nix. Auf Sales Vorne Idee und zwar esse ich meine Zitrone, Leute. Also ich mag Zitrone eigentlich schon, ne, aber, Ja, hm, Guck mal, dass ich die Brüder hab. Moment. Ah ja. Oh ne. Warte. Wie? Ich bin mit der Richtung bei der Leute mit einer anderen Perspektive. Die Brüder? Ja! Oh ne. Arme Leute. Lass die mal kurz auf. Und wir sind noch von alleine raus. Oh Leute. Leute. Könnt ihr euch mal, die ist hier drin. Die ist bedrohisch aber. Oh, das ist natürlich kein Fake, Leute. Äh, warte Leute. Die Drohne. Warte, riecht die Drohne überhaupt irgendwie keiner? Ich weiß nicht. Schau mal, was? Was riecht denn so? Es riecht doch nur so kalt. Leute, die. Es ist echt, Leute. Leute, was ist denn jetzt rein? Leute, ist das lieber zu besser vielleicht? Die ist nur ein bisschen sauer, aber ich schmecke es gar nicht drauf. Leute, das Ding ist, ich habe kein Corona. Ich habe selbst was gemacht, wartet euch heute los. Oh, das ist negativ. Wir haben ja schon Corona-Test mehr gemacht, ne? Aber das ist die Trulle weg. Krass. Ich habe schon gegessen und so, wir sehen uns, wenn ich was mache. Peace. Ich habe gegessen und ja, ich habe voll gegessen und ich weiß nicht, was ich danach machen werde. Ich habe voll gegessen. Ja und dann würde ich sagen, Simon, soll ich was machen? Ja, meine Leute, dann gab es Essen. Leckere Nudeln. Ja, wir essen rein. Lecker. War echt lecker und ja. Ich habe es echt genossen, wie sie gleich eine Zeitraffer, wie ich esse. Und ich habe noch dabei Ente gegessen und Omelette, also Ei. Ja und dann würde ich sagen, gebt euch die Zeitraffer. Oh, bop. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.